Ah, da sind wir ja. Ein Geschenk von Hitler. Voraufführung morgen im Polsky-Theater. In der Hauptrolle Josef Thura. Frau Grünberg, ich habe Sie als Schauspieler engagiert und nicht als Autor. Ich muss Ihnen eine schlechte Mitteilung machen. Die Regierung hält es für unklug, das Stück jetzt herauszubringen. Was? So eine Scheiße! Frau Grünberg, zur Bühne bitte. Sie sind so schön! Maria, Liebes, ich habe jetzt meine große Szene. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Bloß keine Panik! Ab in den Keller! Ich mich erkält, ja musst du husten. Und wenn wir jemals ein Kind bekommen sollten, dann bist du wahrscheinlich die Mutter. Sein oder nicht sein, das ist dir die Frage. Das ist lustig! Das ist lustig! Das ist lustig! Das ist lustig!